Willkommen zurück zu Zool Calibur 6 Da ich jetzt nun den ersten Modus abgeschlossen habe Nein ich meine jetzt nicht dass ich es jetzt komplett durchgespielt habe Also alle Nebenmissionen und die Hauptmissionen Denn ich habe ja diesen Modus jetzt vollständig abgebrochen Deswegen bin ich jetzt auch damit fertig Also diesen Modus Mission Vage der Seele Falls ihr fragt ob ich es irgendwann mal wieder spielen werde Ja aber nicht für diesen Let's Play Im Let's Play werde ich diesen Modus nicht mehr spielen Ich werde höchstens wenn ich mal wieder Lust dazu habe Auch alle anderen Nebenmissionen und auch die Hauptmission spielen Aber die einzelnen Videos dazu werden dann auf meinem Zweitkanal erscheinen So nächster Modus Geschichte Seelenchronik Erlebe die dramatische Geschichte jedes einzelnen Charakters Und die Hauptstory um das verfluchte Schwert Das sie verbindet Ich habe diesen Modus Allgemein noch nicht gespielt Auch nicht in Offscreen Weil ich das extra für Das Let's Play aufheben wollte So Wir sehen hier eine Tabelle Mit jedem Charakter Ja Bei jedem ist anscheinend ein Buch da Oder eine Geschichte vorhanden Wahrscheinlich hat damit irgendwas zu tun Wenn ich Die Mission spiele Also Die Seele der Chronik Oder wie da Scheiß heißt Okay Dann starte ich mal Den Prolog Episode starten Seelenchronik 1 Prolog Soul Edge Seine Geschichte ist so lang wie finstern Im 16. Jahrhundert Reckte die Legende erneut Ihr hässliches Haupt Mal gucken wie dieser Modus wird Ich hoffe nicht so Abgefuckt wie der erste Modus Oh wieder sie grenzen Ich mag die Stimme Soul Edge Ein legendärer Schwert Und der Verwärter von Seelen Buried in den darkesten Reichen der Geschichte Er wurde zurück in die Licht In den 16. Jahrhundert Der notorious Pirate Cervantes Erkrankte die Schwert als seine Erkrankte alles in Bewegung Soul Edge Sofitia 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 Ein Pillar der Licht schloss den Himmeln, das Produkt der Rämmung, die Schäden der Schäden. Keiner hätte es sich nicht erwähnt, dass es ein Katastrophe für die Katastrophe in den ganzen Welt wird. Unsere Geschichte ist in den 16. Jahrhundert. Ja, und das Ganze wurde halt ein bisschen in der Mission, also dem Modus Mission halt erzählt. Seelenchronik 2. Die Tragödie von Ling Cheng-Zu. Als die verfluchte Klinge eines Tages in Spanien die böse Saat gebar, setzte sie ein weißes Licht frei, das bis in ferne Länder strömte. Bis nach Ling Cheng-Zu. Tragedie befell this place. Ling Cheng-Zu Temple was a famous martial arts school in the far reaches of China. It was there Killick learned to master the staff after he was abandoned as a child. Killick ate and slept with the other students and began his training at a young age. Despite this, he established a family-like bond with just one other student, Shang-Len, a young girl who was like an elder sister to him. Dedicated to the way of the sword, she looked after Killick as if they were siblings. So close was their bond that when one felt happy or sad, the other would feel the same. Together, they studied and grew as warriors. The years passed by. Killick's skill earned him a place as a teacher, an honorable position for one so young. During the ages, Ling Cheng-Zu Temple had kept hold of the three sacred treasures, Krita-Yuga, Devapara-Yuga, and Kali-Yuga. Killick's years of arduous training earned him the title of rightful bearer of the staff, Kali-Yuga. Likewise, Shang-Len was also designated bearer of Devapara-Yuga, a sacred mirror. Our story begins on the night, before the ritual for passing the treasures on to their new masters. Shang-Len, can I ask you something? Sure. How come you were chosen to bear Devapara-Yuga? Huh. I thought you'd get Krita-Yuga. After all, you've dedicated your life to the sword. Killick, this is not easy for me to talk about, but I'm going to try. The Krita-Yuga... It's no longer at Ling Cheng-Zu. The sword has been gone for more than a decade. All that's left is the Kali-Yuga and the Devapara-Yuga. Really? Surprised? Well, there's more. The one who stole the Krita-Yuga was none other than my father. That's why I don't have the right to bear it. If I were to accept the sword, everyone would be up in arms. That's why, even though it was offered to me, I decided to decline. Of course, I love Ling Cheng-Zu. And I do wish to see my studies through to their conclusion. It's just... I... I just don't want the sacred treasures, or my status as a sacred bearer, or anything else to hold me back. You know what the monks say. Fate is carved with your own hands. When I spoke to them about that, they decided to let me bear Devapara-Yuga instead. Now I can feel proud that I'm a sacred bearer, just like you. Um, you know something, Killik? What? It's okay. Never mind. I'm really looking forward to tomorrow. Me too. And so it was. Killik and Xianglen were set to attend the official ritual for becoming sacred bearers. But the night before the ritual, a terrible calamity plunged everything into chaos. Drawn by the Kali-Yuga in Killik's hand, the evil seed came to Ling Cheng-Zu Temple. The monks, driven insane by the evil force, began slaying each other, turning the temple into hell on earth. What have I done? I don't understand. Everyone, stop this madness. Ich frage mich, ob noch ein Kampf kommt, oder ob das allgemein nur eine Geschichte ist. Ich frage mich, ob noch ein Kampf, oder ob noch ein Kampf, oder ob mir noch ein Kampf. Okay, jetzt wissen wir es. Kaum habe ich schon gesagt, kam ein Kampf. Sie ist tot, was? Seelenchronik 3, die Höhle des Schwerk-Kampfmeisters. Kilik erwachte in einem ihm unbekannten Höhlentempel. Während er bewusstlos war, hatte sich ein alter Mann um ihn gekümmert. Er wusste viel über die Waffe von Ling Cheng zu, aber sonst sagte er kaum etwas. Achso. Ich bin gewohnt, auf Fierk zu drücken, um weiterzumachen. Ach, da bin ich. Ist es Edge Master? Und Peace. War sie nicht ein spielbarer Charakter? Ich glaube, sie ist sogar noch ein Charakter. Ein spielbarer Charakter, oder? Nee, das war Zhang Kua. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie ich bin. Ich weiß es nicht mehr, wie ich bin. Du hast noch nicht erfahren, dass du dich beschädigst. Die Devapara-Yuga verabschiede das Verbrechen in dir. Verbrechen? Der altes Mann versuchte eine Geschichte. Er erzählt Kilik über die Verbrechen. Wie die Devapara-Yuga verabschiede das Geheimnis. Wie die Devapara-Yuga verabschiede das Geheimnis. Wie die Kali-Yuga verabschiede die Macht und wie sie unter einem Verbrechen schrecklich war. Und endlich, er erzählt Kilik über die Geheimnis. Sie werden in den Verbrechen, als Sie die Gefühle verabschieden werden. Sie werden in den Verbrechen werden. Sie werden immer wieder in der Verbrechen. Sie werden in den Verbrechen, die des Geheimnis verabschieden werden. Sie werden und ein weg, werdet. Das ist nur ein Weg, wo Sie gehen. Aber vielleicht ist es das Weg, du wollen, dich zu nehmen. Das ist das, was du wünschst, um ein Thrall zu sein, um ein Thrall zu sein? Verstehst du, alles ist in deine Hand? Xianglin... Sie sagte mir, das Geist ist mit deinen eigenen Handen. Xianglin hat ihr Leben gegeben, um ich zu leben. Das bleibt mir nur eine Wahl. Aus diesem Tag zurück hat Killik den starken Kraft des Karmas. Als Xianglin-Slayer und der letzte lebende Mitglied von Ling Shang-Sue, hat er gewählt, um seine kreale Strecke aufzunehmen. Xianglin-Chronik viel, geheimnisvoller Besuch. Killik beschloss, sein Schicksal in die Hand zu nehmen und trimierte unter Anleitung des alten Mannes, des Edge Masters. Äh, ja und jetzt kommt... Anscheinend Roy. Also ich kann es mir gut vorstellen. Oder ein anderer. Aber hier werde ich jetzt die Aufnahme beenden. Einschränkung, keine Seelenladung. Das ist für mich kein Problem. Okay, anscheinend... Spielt sich das keine Rolle, also wie die Reihenfolge ist. Aber wie sehr gibt es anscheinend Kämpfe. Äh... Nein, nicht mehr Spieler. Auch wenn es nur... Versus CPU ist oder halt... Versus... Andere Spieler. Welcome to the stage of history, we told. Chiang Kua ist es, gut. Aber sie sieht Xiangling... Oder Xiangling... Ziemlich ähnlich, oder? Vielleicht bin ich auch... Blöd und... Hab wieder ihr Gesicht vergessen. In jeden Fall, ich bedanke mich ansonsten, dass ihr zugesehen habt. Und dann geht das das nächste Mal weiter. In diesem Modus Geschichte Seelen-Chronik weiter. Es ist natürlich hochinteressant. Also, von jedem... Charakter die Geschichte halt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschau.